hallo zusammen erst mal herzlich willkommen 2024 das jahr geht direkt wieder los die niceria selected good box ist angekommen diesmal habe ich gar keine benachrichtigung vorher bekommen dass sie unterwegs ist von daher war ich etwas überrascht schon anfang des monats am freitag den fünften und wir schauen direkt mal rein so wie immer eine übersicht was für artikel drin sind kurz reinschauen 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 sieht gut aus dann schauen wir mal ich bin gespannt vegetarisches hackfleisch auf basis von erbsen und jackfruit ist okay kann man mal machen würde ich mir nicht kaufen also wenn man es richtig würzt und mit tomaten frische kräuter daran kann es schmecken wie gesagt ich würde es mir nicht kaufen bio brownie schoko von schlitzer glutenfrei ja ist okay da ich keine glutenallergie habe würde ich es mir auch nicht kaufen legale protein balls von fuß bringen ist so würde ich mir das recht nicht kaufen pur macherei pur macherei natürlich einfach lecker limited edition hafer habs haselnuss gemüsli oder was ist das snack bällchen auch an der hand abzählen ach so okay das sind also so hafer snack bällchen hafer haselnuss mandel agave nix auf salz fünf zutaten finde ich gut dann haben wir eine tube wieder machen wir haben ja den veganuari vegane salatcreme also mayonaise wenn schon mayo dann richtige mayo keine salatcreme vegan brauche ich nicht freche freunde war auch schon ein paar mal drin in den boxen also ich würde sagen in den 30 35 boxen die ich dieses jahr bekommen habe bestimmt fünf sechs sieben mal äh ist okay vom geschmack her äh irrsinnig viel plastik wahnsinn sieberger studentenfutter mit cranberries gerüstet ohne rosinen ja der studentenfutter mit rein rein verstehe ich jetzt nicht macadamia paranüsse pikernüsse pistazien und walnüsse cranberry cranberries gerüstet ja äh ist okay nochmal jackfruits in salzlake äh wir glauben an die kraft der natur wind und sonnenaufgang und regen ja kommt jedes mal vegane putt purkburger jackfruit abgetropft mit bratenöl in einer fange fünf minuten anbraten tomatenketchup hinzufügen nach belieben würzen köcheln lassen und die jackfruits mit einem kochleffel in feine faser teilen ja haltbar bis wahrscheinlich ewigkeiten ähm wenn die familie kommt ich habe zwei die sich freuen zwölf 24 dann haben wir einen riegel lups salted caramel also ich glaube von diesen fruchtkriegen gibt es tausende firmen das ist genauso so eine epidemie wie hier ähm energy drinks braucht auch kein mensch pasta spaghetti spirulina also aus algen mit italienischem vollkornreismehl ja ist okay aber auch hier ich habe keine Soutenunverschätigkeit ich kann richtige Pasta in Anführungszeichen essen dann haben wir Kick-Ass Lemon das ist so ein Sirup mit Vitaminen und äh Mineralien Ginseng und Koffein habe ich als äh Blaubeere irgendwie in einer anderen Packung gehabt ähm ja ist okay ist jetzt nichts was ich kaufen würde dann haben wir noch Bio Wurzelsaft ach ja mit rote Beete das schmeckt wieder wie diese wie ja rote Beete saft Milchsauer vergoren Karottensaft Milchsauer vergoren Apfelsaft Selleriesaft Pastinackensaft Milchsauer vergoren Petersilienwurzel Zitronensaft müsste ich auf den halben Liter wahrscheinlich 200 Gramm Honig rein tun dass ich das äh Essen, Trinken genießen könnte ich finde rote Beete äh ganz widerlich da kann ich auch äh ein Stück Sand essen ja und dann haben wir noch Drink Better Energy der Power Drink für jede Situation Push Your Limits Riboflavin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung dabei eine Flasche und fünf Caps äh ja drehen, drücken, schütteln äh da wird wahrscheinlich ich hab nicht reingeguckt vor beziehungsweise nicht drauf geachtet also ich sag mal das kostet 15 Euro oder 20 Euro wir haben ja manchmal hier so Sachen drin die vom Wert her wirklich exorbitant hoch ich war gut 17,99 würde ich mir niemals kaufen never ever 3,99 die Spaghetti 7,99 der Superfrucht Wahnsinn äh ja also vom Wert her wirklich klasse 13 Produkte sogar ähm Geld absolut wert 1 Euro pro oder 1,20 Euro pro Teil echt super aber es sind halt Sachen bei never ever würde ich mir die kaufen niemals das nicht ähm ja was sagt ihr dazu habt ihr eine Box lasst ein Like da gebt gern einen Kommentar ab und freut euch auf das nächste Video Tschüss